So, ist und einer dafür verantwortlich hier? Oh, okay. Wenn ihr Bock drauf habt. 61er-Quote. Oh, ich finde es furchtbar, furchtbar, dass ich hier nirgendwo was hinbauen kann. Ich glaube, ich speichere mal. Und reiße diesen Turm ab und gucke, ob ich das jetzt da hinbauen kann. Hey, Sorina. Danke. Danke. Alter, hilft mir das nicht. Trotzdem brauche ich die Werkzeugschmiede. Diese Hirnbogen wäre auch schon was wert. Okay, es fehlen drei Steine. Hier passt sie hin. Dankeschön. Endlich. Hier sind wir bei 50. Das nächste Problem ist, dass ich noch eine Bäckerei buche, die natürlich nirgendwo hinpasst. zu erwarten. Aber endlich, ey. Puh. Ich habe ja Hoffnung, dass es ein bisschen vorwärts geht. Ist ja trotzdem super nervig, dass wir so wenig Platz haben. In meiner Getreidefarm komme ich halt auch nicht weit, ne? Ich muss echt gucken, dass ich hier mir dieses Gelände hole. Das ist ja sonst Katastrophe. Tschau. Wir haben auch keinen Platz für Lagerhäuser. Ach, Mann, ey. Scheiße. Gut. Kann ich eigentlich jetzt nur aufwerten. Und dann mit den Waffen, die ich habe, Soldaten produzieren und dann halt hier angreifen. Damit ich mir hier so ein bisschen dieses freie Land hole. Ich habe kaum eine andere Chance. Wenn ich jetzt keine Lagerhäuser bauen kann. Puh, ja. Oh, das ist fertig. Das ist besetzt. So, das wird jetzt fertig gebaut. Schwerter. Wo mache ich das jetzt so? Die schicken wir alle da hoch. Mit denen müsste ich eigentlich das hier abgesichert kriegen. So, hier kommen sie jetzt aber auch alle. Schon wieder ein Dieb. Ich würde ja auch einen großen Tempel bauen, ich habe aber keinen Platz dafür. Das ist alles so traurig. Jetzt? Jetzt? Das kann ich da hinbauen? Willst du mich verarschen? Die Waffenschmiede, die sonst viel mehr Platz einnimmt, die kann ich jetzt hier hinbauen. Ich raff das nicht. Lass doch das gut sein. Wir warten erst mal noch auf die Kollegen. Bevor wir das tun. Bevor wir das tun. Das könnt ihr euch jetzt auch nicht beherrschen, oder? Mann, aber gut. Speichern. Wir machen das jetzt. Ich brauche dringend Land zum Siedeln. Wenn ihm hier so ein paar Minen wegzunehmen ist, ist auch nicht ganz schlecht. Nein. Wir bleiben bitte alle zusammen. Außer du natürlich, wie du brauchst eine extra Wurst. Okay. Bis jetzt kommt er aber auch nicht, um es zu verteidigen. Okay, das reicht aber noch nicht. Ich muss halt noch den Turm nehmen. Okay, dieser Turm noch. Dann müsste ich erst mal ein bisschen Land zumindest gewinnen, oder? Also zumindest hier so ein bisschen so einen Streifen. Sonst bräuchte ich noch. Sorry, ey. Ich muss jetzt echt mal zusehen, dass ich hier irgendwie mich weiter aufstellen kann. Das sieht doch schon mal brauchbar aus, aber es reicht nicht. Wir hören uns den noch. Es reicht mir nicht. Okay, erst mal. Ja, doch. Das ist der richtige Turm. Ich könnte sagen, was greift ihr denn da an? So. Peng. Das ist gut. Das kann ich nicht da hinstellen. Komm, dann helft ihm doch wenigstens. Hat der keine Soldaten oder was denn hier los? Aber hier sind ja noch mal so ein paar Stärkere gewesen. Ich habe erst mal Land. Land. Das ist jetzt mein großer Turm, ja. Den werde ich jetzt auch dort errichten. Ist das jetzt euer Ernst? Ist das euer Ernst? Okay. Lässt das Meer die Turm ab, die jetzt keine Sau mehr braucht. So. Puh. Okay. Also, ich brauche... erst mal ein paar Lager. Ich baue das jetzt einfach mal hier hoch, weil es da am wenigsten stört. gut. So. Diesmal stelle ich es auch ein, dass ich das nicht eingelagert haben möchte. Dann brauche ich eine Getreidefarm. Meinetwegen können wir die auch wirklich hier hin bauen. Das passt ja ganz gut zu diesem Feld, das der hier schon angelegt hat. Dann brauche ich aber noch eine Bäckerei. Schweinefarm. Eine Schlachterei. So. Kann ich hier noch eine Getreidefarm irgendwo unterbringen? Es ist so komisch hier, oder? Ich meine, warum ist denn jetzt hier zum Beispiel kein Platz? Was? Okay. Die Schlachterei ist dort offenbar sch... Sch... Scheiße. So. Wie sieht das jetzt hier aus? 80. So. 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 Da stellen wir mal da drin mit hin. Und den habe ich gerade umgelegt, das war es hier schon, wunderschön, so, und das ist schon alles da, auch wunderschön. Jetzt brauche ich aber trotzdem noch einen Platz für eine Schlachterei. Eigentlich brauche ich noch ein Wasserwerk. 24 sind wir hier. Das geht ganz gut voran. Das dauert noch ein bisschen. Warum? Kann mir das einer erklären? Warum kann ich jetzt hier keine Schlachtereien bauen, wenn ich da ein großes Wohnhaus hinbauen kann? Das ist doch nicht feierlich, ey. Woher ist jetzt hier hin? Ist mir auch egal. Genau da drauf. Und mal gucken, was da draus wird. So, das werden wir einmal voll besetzen. Aber ich glaube, irgendwie passiert bei dem auch nicht mehr so viel gerade, oder? Hier kann ich dann wirklich nochmal ein großes Wohnhaus bauen. So, den holen wir raus. Okay. Auf jeden Fall einen von euch da oben. Da ist jetzt etwa hier durch. Naja, ich hoffe, du weißt, was du da machst. Das sieht jetzt auch nicht so aus, das wäre hier jetzt noch großartig Gegner auf dem Weg. Die schippeln immer noch. Ah ja, haben noch eine Weile zu tun, ne? Die Planierer. Ähm. Okay. Könnt ihr euch jetzt nicht beherrschen, oder was? Obwohl hier tatsächlich auch nicht mehr viel ist. Gehen wir mal da hin. Ich nehme mal die hier hin. Ich denke eigentlich, dass wir das schaffen können jetzt. Auch wenn wir wenig Kampfkraft haben und eine alles andere als optimale Wirtschaft. Und auch immer noch geschaufelt. Okay. Okay. Ähm. Ist das euer Ernst? Ramadan, ist es los mit dir? Ramadan, ist es los mit dir? Ramadan, ist es los mit dir? Okay, die sind etwas stärker jetzt. irgendwie ist es ein komischer gegner oder hier sind jetzt noch zwei türme vielleicht drei und dann war es das die schleppen endlich das zeug weg das war's okay ich bin ein bisschen zu verwirrt wo ist denn sein komischer level 3 soldat den er am anfang hatte irgendwie verpasst war der in einem von den türen sie haben das spiel gewonnen okay ja mit richtig beschissene kampfkraft eigentlich kaum irgendwie in der ordentlichen wirtschaft ich meine er war auch relativ eingeengt nur natürlich dazu sagen so ein bisschen dahin es ist nicht zu fassen schweinefarm was ist das hier getreidefarm okay es ging jetzt schneller als gedacht ich dachte wirklich baue jetzt meine wirtschaft da hinten aus und dann kann ich endlich in die größere soldaten produktion gehen aber war gar nicht notwendig wir haben es auch so ganz gut geschafft sterben sie wieder alle hier oh mein gott na gut schauen wir nochmal auf die statistik er hat überhaupt keine krieger produziert und kein mana und kein gold okay das erklärt natürlich so ein bisschen was ich meine ich habe halt auch ewig kein gold produzieren können gegen der goldschmerzer wow okay es war irgendwie was merkwürdig weil wir beide nicht so richtig in die pushen gekommen sind aber es hat funktioniert irgendwie am ende dann hoffe ich euch hat es gefallen und ihr seid dann auch beim nächsten mal wieder mit dabei bis dahin tschüss